In diesem Clip wird erklärt, warum und wie die Darstellung von Fanghilfe bei Archicad 19 gefiltert wird. Archicad bietet viele Typen von Fanghilfen an, die auf Punkten und Kanten basieren, die entweder explizit oder implizit als Fangreferenz markiert sind. Da für jede explizit oder implizit markierte Fangreferenz mehrere Fanghilfen angeboten werden können, würde eine gleichzeitige Darstellung sämtlicher Fanghilfen bedeuten, dass der Bildschirm mit Fanghilfen übersät ist. Deshalb filtert Archicad die Darstellung von Fanghilfen. Sehen wir uns ein Beispiel an. Wir sind gerade dabei, die Ecke einer Polylinie zu ziehen. In diesem Fall betrachtet Archicad die beiden Kanten, die von der Ecke und dem Eckpunkt ausgehen, als impliziert markierte Fangreferenzen. Wenn wir nun unseren Cursor um die gezogene Ecke herumbewegen, werden Fanghilfen in der Richtung der Hauptachsen X und Y der zunehmenden Winkel, der Verlängerungen der beiden Kanten, die lotrechten Richtungen zu den beiden Kanten und die winkelhalbierende zwischen den beiden Kanten angeboten. Von all diesen Fanghilfen stellt Archicad diejenige dar, die der Position des Cursors am nächsten ist. Wenn wir unseren Cursor bewegen, wird von all den potenziellen Fanghilfen, die durch unseren gezogenen Punkt verlaufen, nur diejenige dargestellt, die unserer aktuellen Cursor-Position am nächsten ist. In der Regel stellt Archicad nur eine einzige Fanghilfe für jeden der Punkte dar, von denen Fanghilfen ausgehen können. Wenn wir es mit mehreren Fangreferenzen zu tun haben, stellt Archicad nur eine Fanghilfe pro Fangreferenzpunkt dar. In diesem Beispiel sind zwei Liniensegmente und ein Fixpunkt als Fangreferenzen markiert. Außer dem explizit markierten Fangreferenzpunkt sind die beiden Endpunkte der beiden Liniensegmente implizite Fangreferenzpunkte. Zusätzlich können Winkelhalbierende vom Schnittpunkt der beiden markierten Liniensegmente ausgehen. So haben wir insgesamt sechs Punkte, von denen aus Fanghilfen gezeichnet werden können. Das bedeutet, dass bis zu sechs Fanghilfen gleichzeitig angezeigt werden können. Bei der aktuellen Cursor-Position sehen wir drei Fanghilfen. Die Hauptachse X, die durch unseren markierten Fangreferenzpunkt verläuft. Die Hauptachse Y, die durch den oberen Endpunkt unserer linken markierten Linie verläuft. Und die lotrechte Linie, die durch den linken Endpunkt unserer rechten markierten Linie verläuft. Wenn wir unseren Cursor bewegen, werden weniger oder mehr Fanghilfen angezeigt, je nachdem, wie weit sie vom Cursor entfernt sind. Es kann in dem Fall noch zu einer zusätzlichen Filterung kommen, wenn parallele Fanghilfen, die von unterschiedlichen Punkten ausgehen, nah beieinander liegen. In diesem Fall befinden sich sowohl die Hauptachse X, die von den beiden Endpunkten der Fangreferenzlinie ausgeht, als auch die Hauptachse X, die vom Fangreferenzpunkt ausgeht, nah am Cursor. In solchen Fällen stellt Archicad immer nur eine dieser parallelen Fanghilfen dar und es handelt sich dabei immer um diejenige, die der Position des Cursors am nächsten ist. Und das ist auch die Hauptachse X, die von den Fällen des Cursors am nächsten ist.